Hahahaha Oh ne Nein Chris! Ich hab die 4 mal getroffen aus meinem... Das war wunderschön War kein Headshot? Kartoffelman Und jetzt ohne blumige Worte zu verschwenden, ohne groß aufzuschlagen, hier kommt er, der Fahnder der Stille! Der Beschützer italienischer Jungfräulichkeit! Die Exekutive unseres Allmächtigen! Der Große! Der Einzige! Langhaarige mit Bart Hast du eigentlich die Süße nochmal wieder gesehen? Welche meinst du? Hahahaha Hallo! Jaaa Hahahaha Masi der Schlingel F**k Neben dem Turm Da auf der Höhe war... Ohhhh Mein Ping ist sonst wo Sorry Leute Hahahaha Habe ihn! Einen habe ich mit der Nitro getroffen Aber ich weiß nicht ob er tot ist Ich hab kein Todesstrahl gehört Nee der hat es leider überlebt Oh ne Einmal im Leben spiele ich Nitro ne? So close? Ja Ja Wir sind im Gang Mit Armbrust Nice Ich finde den Arm gebogen Ahhh Du hast mich geblockt Und neben uns stand noch einer Danke Hahahaha Ich glaub der pusht noch einer Einer kommt hier nördlich? Unter den Also unter euch Ah auf der Treppe Ist runter gejumpt Der Dude an der Mitteltür piekt da immer noch Nice Hab einen Ja das war der schwarz Irgendwas schwarz hier ne? Hat der... Nein! Ohhhh Ich hab nen Headshot gefangen Och nee Ich bin da Silencer aus 31 Metern Derselbe Typ der mich vorher auch getötet hatte Also ich geh mich die ganze Zeit ab Naja und ich bin nochmal dauer Diesmal der andere Oben Oben Metalldorf Ja er steht mitten drauf Er steht mitten auf dem Weg Nein Chris Ja in der Sekunde wo ich schieße Junge Was? Nice Unter dir Oho Spannend Ja es sind noch zwei Jaja Ohhhh So ein Pech alter So ein Pech So ein Pech Schade Ich hab die viermal getroffen aus meinem... Ah er gibt mir Headshot Einer on one Ja Ja natürlich hat der ne Schrotflinte Oh Crown & King auf 12 Meter alter Ne Er hat noch zwei ja Einer noch Ich dachte es ist nur noch einer Sorry Bro Sind draußen an den Typen Ich hab den oben den White Shirt wieder White Shirt Hab ihn Ja gg Das war wunderschön Das ist glaub ich nur noch die White Shirt Lady Ahhhh Oh nein Oh ich hab Chat gelesen in dem Moment Oh nein und die war so schlecht Die hockt Die hockt Wie so ein... Oh Gott Oh Gott Oh Gott die war so schlecht Oh Gott ärgert mich das wirklich Oh nein ey Das passiert wenn man fucking laut ist Mit laut sei nichts zu tun Ja halt Ja maus eben nicht jetzt deswegen Achso Ich hab da halt gelungen Das war ein Duo Mhm Und die war so schlecht die Alte Mhm Und er hier Süd Attacked Hier einer Attacked beide getackt White Shirt und White Shirt Da ist noch einer Anwerfen Tot Ah man Oh Gott der Rhythmus dieser Waffe War kein Headshot? Nein Hier hinter Nein Ey Ich glaube es ihm einfach nicht Nicht Einen Schuss Ja los Nice Hol mich einer in der Zeit bitte Ah wo bist du hier? Hier auch hier hab ich nicht gefunden deswegen sorry Der ist vor dir rein Alter Der fließt wieder drei Schüsse und stirbt nicht Äh 75 von mir aus gesehen Wie weit? Ach man ey Ach man ey Ich krieg's absolute Kossen Können wir bitte zu dritt diesen einen schlagen? Ihr kannst mich holen Er hat sich wieder zurück gezogen Einer muss nur decken Chris Genau Chris deck mal nen Engel ey Du sitzt da mitten auf dem Berg und guckst ins nichts Ich hab keine fucking Range Waffe Ich muss meine Range Waffe durchladen Ich kann nicht decken mit der Schrotflinte Ja dann mach halt mal nen Call Hush Ohy Meine Fresse Redeemed Ok einmal Salz muss sein Ja, genau Geht, schau weg Geht, Schau weg Alter ey Ich glaub's einfach nicht Weil was der gefreschen hat ey Red Shirt hab ich schon mal getötet, there is one tap. Sechs volle Sekunden sind lachhaft. Ja. Spieler links von mir. Oh, what. Hinterm Klohaus. Hab ihn. Geflasht. Noch einer. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Umgeboxt, umgeboxt, umgeboxt. Ich dachte mir, ich hab die so schießen, der ist doch geflasht. Dabei war nur einer von denen geflasht, lol. Oh, fuck. Bei mir. Ja, ich... Close. Keine Vision, keine Vision, keine Vision. Hier, hier, hier. Noch ganz weit weg auch einer. Wir haben getradet. Alter, der hat mich drei Sekunden später getötet. Ich liege safe. Ich liege safe. Ja, 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 ja. Ja, safe. Relativ safe. Auf dem Dach, scheiße. Nice. Nice. Schöner Headshot. Oh Gott. Ich hab tatsächlich ne Sticky verworfen. Nice. Gut, dass ich zwei hab. Oh nein. Jungs, ich sterbe. Ich brauch... Fuck. Fuck. Ich blute schon. Und ich hab keine AP und ich stecke in der Welt fest. Oh Gott. G. F***ing G. Einer... Der kommt hier rechts. Der kommt hier rechts. Der kommt hier rechts. Nice. Der's down. Direkt anzünden. Direkt anzünden. Mit was? Mit was? Moment. Ich hol dich gleich. Pass, pass, pass. Nein. Ja, ich weiß. Ich lauf doch. Lächerlich, was die gefressen haben. Ja, übel. Alter. Kartoffelman, der größte Held in deiner Welt. Einer down. Einer tot. Hild im Wasser. Seht. Ist tot. Ich hab ihn. Guckt halt instant hoch. Gib mir Headshot. Ich hab ihn getaggt. Getaggt. Weg. Ja, zwei immer noch. Straight südlich jetzt von mir. 50 Meter vor. Ja. Ah, ich... Oh Gott, wir haben beide. Wir haben beide gekartoffelt. Get traded, oder? Ja. Kein Trade. Das war das Wideshot? Doch, einer noch. Bei mir close. Hat es? Ist tot. Ich komme, ich komme, ich komme. Schön, Jungs. Ja, das andere Team haut einfach ab. Oh, Penner. GG. Äh, kommt rein, kommt rein. Hä, 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 hä. Kann's sagen. GG. Na ja, wenn man allein gegen Trios spielt, dann darf man schimmeln. Nein, gar nicht. Du tust Lügen sagen und Lügen sagen tun darf man nicht. Ich mache meinen Gott, die die tiny Furze eben, dije es wenn ich blinde hinü叩te, Nein, gar nicht verloren. Ich sage unseren Punkt nicht. Es geht eine oft mit uns. Vielen Dank.